Ho, ho, ho! Seid ihr auch so gespannt? Wollt ihr wissen, was heute hinterm Kläppchen ist? Ein toller Preis! Der rotarische Weihnachtskalender aus Emstetten. Anschauen, mitmachen, spenden. Für Weihnachten und für eine bessere Welt. Hallo, ich bin Katrin aus der Öffentlichkeitsarbeit und eigentlich bin ich nicht in der Küche, aber heute wacke ich Kekse. Wir haben einmal zur Weihnachtszeit unsere Gäste gefragt, was sie sich wünschen. Und eigentlich glaubt man, es gibt nur diesen einen großen Wunsch, den wir nicht erfüllen können, aber das stimmt überhaupt nicht. Der am häufigsten genannte Wunsch war ein leckeres Essen, wie bei Muttern, Rouladen, ein Braten und Spritzgebäck. Und dafür bin ich da. Ich backe Spritzgebäck, damit sich unsere Gäste freuen und ein Stückchen Weihnachten haben. Ob es so wie bei Muttern wird, weiß ich nicht, aber ich gebe mir größte Mühe. Wir wünschen im Namen des Teams von Haus Hammer allen eine tolle Weihnachtszeit und vielleicht daran denken, dass es nicht immer die ganz großen Wünsche sein müssen. Und auch Kleinigkeiten können glücklich machen, wie Plätzchen. Also, gutes Tun und Dabeisein. Spenden Sie auf unser Rotarisches Treuhankonto und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der attraktiven 24 Preise. Die Verlosung findet online statt, am 26.12. ab 15 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Rotary Clubs Amstetten. Und das Beste, 100 Prozent der Spenden kommen an. In diesem Jahr für vier Projekte. Für unser Mokoro-Projekt in Kenia. Für das Agroforestry-Projekt in Burkina Faso. Für unser Hospizhaus Hanna in Amstetten. Und für eine lokale Aufforstungsaktion im Kreis Steinfurt. Die Welt ein wenig besser machen, spenden und mit etwas Glück gewinnen. Ihnen eine gute Zeit. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Vielen Dank.